Herzlich Willkommen zurück zu Donkey Kong Country 1. Let's Play. Das ist der vierte Teil schon. Ja, ich esse einen Bonscha, also nicht wundern. Lass mich auf einmal anders anhöre. Dong, 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 dong. Ah! Oh, come on! Stirb! Ah, verdammter Mist! Es ist ein Sponsy-Banenne-Rass. Weee! Ach, verdammter Mist! Toll, er muss jetzt sterben. Brrrrm, brrrrm, brrrrm! Au! Oh, mein Gott! Das ist ein anderes. Verdammter Mist nochmal. Und das war das Geh. Und das war das Geh. Der kommt aber wieder, ne? Ne? Was? Warum kommt er denn wieder? Ja, der taucht aber merkwürdigerweise wieder auf. Ach, hallo! Oh! Oh! Was anderes lässt sich nicht ändern. Aber diese Salons, äh, extremen Baumungs, die sind richtig gut. Ja, wir waren nämlich bei Kaufland. Ja, wir waren nämlich bei Kaufland. Und jetzt gut. Wenn ihr nicht in Hamburg seid, hinfahren! Ja! Es hat funktioniert. Unglaublich! Aber war! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Ja! Ja! Nebenwieder drin! Bäm! Und weiter! Ja! Ja, früher musste ich das Motorrad aufnehmen, jetzt nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum ich... Na gut! Obwohl ich, äh, Windows 7 habe, eigentlich sollte der nicht mit Windows 7 laufen. Aber, anscheinend ja wohl doch! Es läuft, es läuft gut. Ich weiß auch nicht, wie ich... Und... Ah! 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 Ja, die Musik ist ganz mein Fall! Ah! 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 87 Nein Komm zurück Bam Bam Voll Eis auf die Fresse Da ist das N Das war ein Frosch Dingster Boomster Und hier ist es Die schwierigste Stelle überhaupt Nein Ich will schon das G haben Na gut Ohne Freund Und beenden wir das Level Ja Jetzt kommt Deboas Ich glaube ich nehme das hier schon Zum dritten oder vierten Mal auf Yeah Hat geklappt Boah War das knapp Ich sterbe Aber die Biene ist schon richtig on fire Komm her Hallo das war Treffer Arschloch Na gut Jetzt was an Ja Ist klar Schnee fast Gletscher Ach Vierte Welt schon Von sieben Ja schon Also Ja man kann schon sagen Man hat die Hälfte schon durch Ja man kann schon sagen crah Ich glaube so ein bisschen nach Daren verschoben Ich glaube so ein bisschen nach Daren verschoben Yeah! Katja! Rams! Rams! Ah, das ist immer das Gemein, weil man rutscht noch ein bisschen. Hier, seht ihr das? Man rutscht. Neuntes Leben. Yeah! Das hat geklappt. Au! Ach du meine Güte. Bam! Bam! Bomb! Au! 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 Ha! Bop, bop! Ah! 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 Ne, meine Lieblingszahlen! Das war aber knapp jetzt. Yeah! Beim ersten Versuch das O geschnappt. Schauen wir alles. Nein! Nochmal. Aber das ist doch nicht so eine Zeitbeschränkung wie beim zweiten oder dritten Teil. Ne, ne. Ja, so genügend Zeit. Oh, mein. Jetzt geht so viel Gigabyte weg. Ja, das ist doch ein Tag. Okay. Oh, mein. Hm-hmhm. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Egal, aber ich habe es beim ersten Mal auch nicht geschafft. Yeah, geil. So, jetzt weg. Nee, komm. Ich bin doch kein Weichei hier. Ich probiere es mal. Oh, scheiße. Kotz mich an. Aber jetzt ist es schwer. Also schwerer geht es nicht. Ja, das war wohl ein Fehl. Yeah. Oh, Mann. Schneefossgletscher. Ich hasse dieses Level ganz ehrlich. Das ist sowas von scheiße. Halt die Fresse. Mann. Ne, das sammle ich jetzt nicht nochmal ein. Das ist wohl der sichereste Weg. Indem man zwei Leben bekommt. Ah, wo? Exit. Jetzt kommt mein Lieblings-Level. Ja, mein Lieblings-Level. Weil die Musik sowas für geil ist. Na gut, kommt es nicht nochmal später? Ich glaube nicht. Ich glaube, bei der Game Boy Advance Version. Gut, die habe ich zwar noch, aber ich kann es ja nicht euch zeigen, weil ich ja dafür ja den Super Game, äh, hier den Game Boy Player braucht für GameCube. Darum kann ich das auch euch nicht präsentieren, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel noch ein Game Boy Player rumliegen habt und ihr braucht es nicht mehr, bitte uns schicken an der Webseite. Also, da kann man nämlich meine Adresse sehen. Müssen natürlich nur auf Impressum gehen, ne? Naja, Impressum ist auch sehr wichtig. Für die Webseite. Für, ach du, meine Güte. Für alles andere brauche ich es nicht, nur für die Webseite. Achso, da war das D. Alles klar. Und jetzt, bam! Leben, 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 ja! 13! Woo! Ich habe es ja heute, heute Morgen gespielt, so gegen 1, glaube ich. war das, ähm, da hatte ich, wie ich es beendet habe, 50 Leben gehabt, weil ich es durchgespielt habe. Ja. Also, hättet ihr diesen Park nicht gesehen. Äh! Den hättet ihr bestimmt morgen gesehen, also den 6.1. Oder 7.1. Weil hier muss es ja rendern, bla bla bla, ne? Alles mögliche, wenn ich das überhaupt bei Adobe, äh, reinmachen kann, das weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaube schon. Döööööööööön. Hey, da hat die Banane nicht eingesammelt. Ja, spürt meine Rache Nein Oh Gott, das war knapp Wieder noch unten Und wieder noch unten Das coolste ist ja An diesen Grünen Ist, dass man noch nach unten Kladdern kann Bei den Niedernen Geht es nach unten WTF Und da kann man das nicht nach oben machen Was zur Hölle Bäm Ja, da muss man auch sehr aufpassen Dass man nicht in der Biene reinfliegt Sonst ist man nämlich tot Ja, djenten, 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 djenten Ach, das ist auch so scheiße Yeah Er ist schneller als die Kamera Schwarz-Moll-Tour Erledigt Hurra Heißheit-Alle Ich glaube, das hasse ich Ja, das hasse ich Danke für dieses Level Ich hasse dieses Level Ganz ehrlich Das ist ohne HitJets Es ist so Ich hasse dieses Level Wirklich Das ist auch so viele Gigabyte Holy shit Toll Das Level kann ich nicht machen Express Kommt wieder her Ach du Arsch Ja gut, wenn ich drauf gehen sollte Dann kann ich das natürlich nochmal versuchen Äh Das war jetzt nicht geplant Aber okay Oh Gott Ja, Ruhe, ne Ach du Scheißvogel Ja, Checkpoint schon mal erreicht Ja, geh Geh, geh Geh an Dün, dün, dün Ah, ich trau mich nicht wirklich Ah, jetzt Dün, 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 dün Ah, das ist das Mieseste Ne, das andere ist das Mieseste Ist ja noch ein davon NEIN Der fällt doch gut an Geil Oh, scheiße Aber immerhin habe ich den Checkpoint erreicht Das ist auch schon mal etwas Dün, dün Dün, dün Ach, jetzt aber einmal Hm Ja, das war wohl Mr. Blind Was Glück war Ah, fuck Stirb Das ist das Asozialste Genau deswegen Wegen diesen Arsch Scheiße Ja, wenn ich die noch dabei hätte Dann wäre es kein Problem Aber so Ist es Ein viel größeres Problem Weil dieser Blödmann Da ausgerendet stehen muss Naja Kommt mir so vor wie Äh In Was weiß ich jetzt Half-Life oder so Arrrr Ne, GTA Gut, das passt So, jetzt habe ich Didi Äh, doch Didi Ich sage immer Didi Weil es im zweiten Teil nur Didi ist Natürlich mit Dixi, natürlich Aber so weit sind wir ja noch nicht Und im dritten Naja gut Es ist ein anderes Na gut Jetzt habe ich zumindest Die Chance Das zu überstehen Weil ich ja noch einen davon habe Hurra Das habe ich das bei Der 30 Minuten eingestellt Naja So So viel Zeit habe ich auch nicht Aber nö Es kommt das Ich hasse es Ich hasse es Aber es ist machbar Es ist nicht unmachbar Das ist es nicht Wir haben noch gut neun Minuten Auch wir es schaffen Das ist mal eine andere Frage Muss ich im Spiel ganz kurz unterbrechen Oder nochmal starten Ne, eben halt in einen anderen Ordner erstellen Das ist aber auch nicht so schwer Und da war ich natürlich mein Mikrofon aus Das solltet ihr ja nicht mitbekommen Hab da Es sind noch neun Minuten Neun Du Arsch Ach Glück Ach das Jaja Ey Hallo Was ist das denn Kommen wir vor wie ein Glitch Hm Kass geben Go, 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 go Hier man sieht Ich drücke so fest wie das geht Ja Dass es ein bisschen schneller geht Sonst haben wir vielleicht nicht mehr die Chance Hier schwimme ich einfach dran vorbei Vielleicht mal mal Videos von allen Virtual Core zu spielen Ich glaub das wäre auch mal was gutes Für euch besonders Das kommt dieser Scheiß Das sind nur noch 8 Minuten Ach du Scheiß Das ist so ein Part der Sehr schlimm Aber Meine Meinung ist dass wir das mal schaffen Und wenn nicht Dann Schneiden wir das raus Und dann Ist ja nicht so schlimm Na gut Ich hätte auch auf Ähm Aber Dann sag ich mir Ja what the hell Ja komm Also die 5 Leben müssen natürlich noch voll sein Ja 5 Leben Super 5 Leben Noch 7 Minuten 18 19 19 Leben Ist auch was schönes Und jetzt Beginnen wir da Na gut Es war nicht so schlimm Aber Es ist Sehr Scheiße Und er muss schon so schnell drücken Gut ich hab das ein bisschen 10 Sekunden oder was Keine Ahnung Aber Ich werde es ja sehen Wenn in Audea City Die 30 Minuten Angebrochen sind Das sind Jetzt Noch 6 Minuten Crazy Ich versuche ja mein Bestes Hier ist ein bisschen Schneller zu machen Ach du scheiße Ja das war klar Das war Oh das ist gut Das ist gut Gefällt Aber wenn er stehen bleibt Dann gibt es Ärger Das war klar Aber es hat geklappt So Jetzt Schnell Komm Digga Das schaffst du Yeah Das hast du gestart Jetzt sind wir schon Fassbar Ziel Und gleich 5 Minuten 5 Minuten Meine Damen und Herren Aber ich habe einen guten Einfluss Ja Glühbirn Drama Schnell Der Skorks In diesem Part Holy shit Nein Was war das denn Scheißen Dreck Das war normalerweise Nix Aber naja Gut 70 Oh das sieht sehr gut aus Sieht schon mal gut aus Also können wir es schaffen Na ja Ist klar Ja stirb Du stirbst Du stirbst auch Du erst recht Na wir sind da Alles klar Ah fuck Komm Ah Didi Das 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 mit gerettet Ist gut Scheiße Ja es kommt die Stelle Aber die ist machbar Noch Ah Das 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 Geh Aber trotzdem Das So Beenden Vielleicht Kriegen wir ja noch ein Leben Aber das nützt ja uns nix Ich dachte wir haben drei von denen Wir haben es noch geschafft Gut Also ich sage schon mal Bis zum nächsten mal Und tschüss Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.